Und wenn ich dann auf diesen Chart auch schaue, dann sieht das für mich in erster Linie aus wie absolute Erleichterung. Also hier wurden die Verluste aus zwei Bärenmärkten wieder wettgemacht innerhalb weniger Wochen. Weiter geht's. Neue Woche, alte Muster. Ripple setzt seine Kursrallye fort und steht kurz vor dem All-Time-High. Es ist All-Season. Auch andere Dino-Coins zeigen sich weiter stark und outperformen Bitcoin deutlich. Die Frage, wie lange noch? Die Antworten dazu bekommt ihr in diesem Invest-Podcast. Heute ist Montag, der 2. Dezember 2024. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und weil Stefan Lübeck heute krank ist, habe ich die Ehre, mit unserem anderen Experten zu sprechen, Johannes McSway. Erstmal gute Besserung an Stefan. Moin Johannes. Wie viel Ripple hast du eigentlich in deinen Taschen? Ich habe genau null Ripple in meinen Taschen. Für mich war Ripple immer irgendwie sowas wie so ein NPC-Coin. Also ich kannte niemanden, der Ripple hatte. Ich selbst habe nie Ripple gehabt und trotzdem steigt Ripple jetzt irgendwie. Und es ist mir erstmal unerklärlich. Aber wie es so schön heißt im Crypto-Space, Respect the Pump. Also Glückwunsch an alle XRP-Holder da draußen. Die waren schon sehr beharrlich über die Jahre, das muss man sagen. Ja, bevor es losgeht, nochmal an dieser Stelle ein dickes Dankeschön für alle guten Bewertungen, die uns in der letzten Woche erreichten. Und für alle nochmal die obligatorische Bitte, diesen Podcast zu liken, zu abonnieren. Und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, gerne auch zu kommentieren, sowohl auf Spotify als auch YouTube. Aber gucken wir jetzt erstmal, was in der vergangenen Woche so an den Märkten los war. Johannes, führ uns durch. Jo, beziehungsweise Stefan führt uns gewissermaßen durch. Der hat uns nämlich noch seine Markteinschätzung dagelassen. Die US-Aktienmärkte, die haben sich relativ bullish gezeigt in der letzten Woche. Es war aber auch relativ wenig los, da ja Thanksgiving war am Donnerstag und auch am Freitag hatten die Börsen, soweit ich weiß, nur halbtags offen. Trotzdem sorgte das alles in dem Crypto-Space für deutliche Kurssprünge. Es gab auch eine starke Korrelation der Anstiege in kleineren Aktientiteln und dem Altcoin-Sektor. Bitcoin schloss jedenfalls die Handelswoche mit 97.250 US-Dollar und damit nahezu unverändert. Und ja, wir haben schon drüber gesprochen. Ripple, das Krypto-Urgestein, zeigte sich weiter von seiner extremst bolischen Seite. 50 Prozent ist der Coin gestiegen, beziehungsweise der XRP-Coin auf 2,16 Dollar zum Ende der Woche und von Sonntag auf Montag nochmal auf 2,43 Dollar in der Spitze. Mittlerweile so einen kleinen Kursrücksetzer. Auf jeden Fall parabolisches Wachstum, was wir da in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben. Und ja, Ripple überholt damit erstmalig seit dem Jahr 2022 die Marktkapitalisierung von Solana. Und zwischendurch halt auch von Tether. Mittlerweile Ripple wieder auf Platz 4 gerutscht, aber zwischendurch war Ripple sogar auf Platz 3. Außerdem hat sich stark gezeigt Ethereum. Das sehe ich dann entsprechend gerne. Wir haben ja beide schon im Recap-Podcast am Freitag darüber gesprochen. Legte stark zu, 10 Prozent Wertzuwachs. Und generell zeigte sich ja eine breit gefächerte Stärke im Altcoin-Sektor. Die Marktkapitalisierung Total 3, das ist der gesamte Kryptospace ohne Bitcoin und Ethereum, ist zwischendurch über die 1,02 Billionen US-Dollar-Marke gestiegen. Also im Englischen 1 Trillion. Und damit so hoch wie zuletzt im Dezember 2021. Und ja, hier zeigt sich so eine gewisse Rotation, nachdem Bitcoin die psychologisch relevante Marke von 100.000 US-Dollar bis auf wenige Dollar erreicht hat, muss man ja sagen. An den Spot-Märkten hat sie es nicht geschafft. An den Futures-Märkten tatsächlich schon. Und jetzt scheinen Anleger sich so wieder ein bisschen mehr vermehrt auf den Altcoin-Sektor zu fokussieren und dort nach aussichtsreichen Investments zu suchen. Ja, das sehen wir, wenn wir auf die Tops und Flops der letzten Woche schauen. Und das Bild, das die Kollegen Sven und Stefan letzte Woche beschrieben haben, zeichnet sich auch jetzt wieder ab. Es sind die, in Klammern, OG-Coins, OG-Altcoins, die den stärksten Zuwachs verbuchen. Sag uns mehr. Ja, in den letzten sieben Tagen sehen wir da vor allem Algorand, ein Coin, mit dem ich persönlich gar nicht mehr gerechnet habe, 75 Prozent im Plus. Dann Hedera, ich glaube, man spricht den H-Bar aus, aber ich bin mir nicht sicher, 69 Prozent im Plus. Und ja eben den eben erwähnten Ripple XRP mit 63 Prozent Plus. Und es scheint, dass sowohl Ripple, also XRP, als auch H-Bar noch immer die Welle von Gary Genslers Rücktritt bereiten. Der hat ja zu Beginn des letzten Monats, also zu Beginn Novembers, Mitte November circa, bekannt gegeben, dass er zurücktreten wird am 20. Januar, also am Tag von Donald Trumps Einweihung. Und löste damit entsprechend ja auch Euphorie bei den Projekten aus, die am meisten unter seinem strengen Regulierungsstil gelitten haben. Also dazu zählt ja Ripple bekanntlich, die schon seit 2022, nee, seit 2020 in einem Rechtsstaat mit der SEC sind. Und ich habe jetzt hier auch von Spekulationen gelesen, dass die Behörde den Prozess gegen Ripple gänzlich fallen lassen könnte. Bei Hedera ist es so, dass einer der Vorstandsmitglieder der Hedera Foundation, nämlich Brian Brooks, als Gary Genslers Nachfolge gehandelt wird. Und Brian Brooks ist eine sehr interessante Figur. Der war schon mal in der Regulierung der US-Finanzmärkte aktiv bei der OCC, war wenig später bei Binance, Chief Compliance Officer. Da fand ich auch so witzig, da war da glaube ich nur wenige Wochen, beziehungsweise Monate, wenn du so kurz in der Compliance-Abteilung bei Binance arbeitest, dann weißt du, dass da vielleicht nicht alles koscher war. Das hatte sich ja dann danach auch tatsächlich rausgestellt. Und ja, jetzt rechnet man so ein bisschen damit, dass er vielleicht sogar der nächste SEC-Vorsitzende werden könnte. Und für die Hedera-Anleger scheint das dann auch ein massiver Vorteil zu sein, so zumindest die TUB. Leuchtet erst mal ein. Auf jeden Fall, wenn er tatsächlich SEC-Chef werden würde. Wenn ich die Liste durchgehe, der Top-Performer sehe ich da auch einige andere alte Bekannte, und zwar Helium ist mit fast 30 Prozent, glaube ich, auch wieder back. Der Depin-Star von Solana, bei dem sich echt lange nichts getan hat. Auch noch weit vom Allzeithoch von über 50 Dollar entfernt. Aktuell sind es 8 Dollar. Und etwas überrascht zu sehen, ich weiß gar nicht, warum das jetzt gerade in dieser Liste nicht auftritt, in meiner Liste vorhin war es drin. EOS mit 30 Prozent Plus ist wieder in den Top 100. Was denkst du darüber? EOS, der OG Ethereum-Killer. Ich wusste gar nicht, dass das Projekt noch lebt. Same. Und ja, es ist krass, witziges Kommentar, was ich gesehen habe, ist erstaunlich, wie gut die Technologie dieser Projekte innerhalb kürzester Zeit geworden ist, dass sie sich wieder unter den Top 100 befinden. Ich kann jetzt den Anstieg von EOS erstmal nicht so ernst nehmen. Mich würde tatsächlich sehr interessieren, wer den Coin jetzt gerade kauft, wer sich jetzt denkt, dass es zu einem Revival von EOS kommen könnte. Ich bin es nicht, keine Ahnung, wer es ist. Die Liste der Underperformer diese Woche ist tatsächlich sehr Solana-lastig. Wir haben da Popcat, Radium, Goatius, Maximus, Dogwithhead, Jupiter und Solana selbst in der Liste. Also es wird extrem Solana-dominiert. Ja, das Minus hält sich mehr oder weniger in Grenzen, aber es ist trotzdem, also gerade bei den Altcoins im zweistelligen Bereich. Was meinst du, was der Auslöser ist, Johannes? Ja, ich glaube, das Stichwort lautet hier Pump Not So Fun. Also letzte Woche die Kontroverse um Pump.Fun, die beliebte Meme-Coin-Trading-Plattform, das Meme-Coin-Launchpad ist es ja eigentlich. Und dort ist, wie eine Schlagzeile von heute auch zeigt, dass die Einnahmen sind um 66% gesunken, seitdem die da den Streaming-Dienst irgendwie oder diese Streaming-Funktion deaktiviert haben. Und wir haben es auch in der Vergangenheit öfter im Invest angesprochen, wenn es bei den Meme-Coins gut läuft, dann häufig halt auch in der Infrastruktur, die sich um die Meme-Coins rumbildet. Zum Beispiel die Radium-Decks, die sehr stark performt hat, als die Meme-Coins durch die Decke gegangen sind. Und natürlich dann halt auch Solana selbst, weil ja eine gewisse Nachfrage nach dem Sol-Coin besteht, wenn die Meme-Coin-Trading-Paare in Sol denominiert werden. Das Ganze funktioniert dann aber auch entsprechend in die andere Richtung, wenn dann bei Pump.Fun die Aktivität zurückgeht, die Meme-Coins weniger getradet werden, dann bricht natürlich auch bei Radium die Aktivität ein. Die Metriken sehen nicht mehr so gut aus, der Kurs gibt nach und das Ganze führt dann letztendlich auch wieder zurück zu Solana, das sich jetzt nach Erreichen des Allzeithochs wohl eine kleine Pause auch entsprechend gönnt. Jetzt wäre für mich irgendwie interessant zu sehen, ob vielleicht auch auf Solana selbst so eine kleine Rotation stattfindet. Du hast ja gerade eben Helium angesprochen, eben von den Meme-Coins vielleicht zu diesen Deepin-Projekten, die dann vielleicht ein bisschen mehr Utility vorweisen. Ja, das werden wir sehen. Oder einfach zu Ethereum und Base. Also ich habe ja einen Artikel darüber geschrieben, dass am Freitag oder am Donnerstag Solana jetzt in Schwierigkeiten ist und ich bin überrascht, wie schnell das ging. Also genau das prognostiziert. Wahrscheinlich fallen die Kurse, wahrscheinlich verliert Radioman Handelsvolumen und je nachdem, wie hoch, krass sich diese Pump.Fun-Krise zuspitzt, könnte das Solana wirklich richtig heftig treffen. Das wollen wir mal sehen. Ja, aber kommen wir zu unserem Hauptthema. Binnen zwei Wochen ist Ripple XRP plötzlich wieder die drittstärkste Kryptowährung und löste sogar Solana und zeitweise auch Tether ab. Damit wird wieder deutlich, wie schnell sich die Szenerie im Kryptospace ändern kann. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass dieser Zustand meist nur wenige Wochen bis einige Monate anhält, ehe der Sektor überhitzt. Wie lange geht der Spaß also noch? Ja, das ist halt immer so eine Frage. Bei mir ist das tatsächlich so, dass wenn ich starke Kursgewinne sehe, dann machen mich solche Bilder häufig nervös, weil ich mich frage eben genau das. Wie lange geht das Ganze noch? Zunächst muss ich bei Ripple erstmal sagen, wenn wir auf den Chart gucken, habe ich auch vorhin gesagt, respect the pump. Also ich kann mir nicht vorstellen, was das heißt, ein XRP-Holder gewesen zu sein in den letzten Jahren, auch seit dieser Klage der SEC. Und wenn ich dann auf diesen Chart auch schaue, dann sieht das für mich in erster Linie aus wie absolute Erleichterung. Also hier wurden die Verluste aus zwei Bärenmärkten wieder wettgemacht innerhalb weniger Wochen. Aber wenn wir uns halt auch die vergangenen Candles anschauen, eben diese krassen Anstiege, die es bei XRP dann auch schon mal gegeben hat, dann folgte meist auch ein Blow-off-top, also sehr krasse Korrektur dann auch wieder. Und das geht wieder zurück auf das, was ich gerade meinte. Es gibt ja dieses Sprichwort von Warren Buffett, be fearful when others are greedy. Und genau das sehen wir gerade halt auch, extreme Gier auch im Kryptomarkt. Und ja, für mich stellt sich dann auch die Frage, ob wir da schon auf einen Top zu steuern. Ich habe bei Twitter in meiner Timeline zuletzt gesehen, dass es wie der TikTok-Video gibt von Leuten, die ja einen XRP-Kurs von 10.000 Dollar und so weiter prognostizieren. Und das dann entsprechend auch an neu dazustoßende Retailer verkaufen. Also dieses Prinzip an Retailer verkaufen. Und ja, lass uns doch einmal darauf schauen, wie dieses Aufwärtspotenzial am weiteren Altmarkt generell einzuschätzen ist. Also einer der beliebtesten Indikatoren ist ja der sogenannte All-Season-Index von Blockchain Center. Und hier sehen wir auch, was Giacomo vorhin meinte, wie krass, wie stark der Kryptomarkt umschwenken kann. Noch vor wenigen Wochen zeigte das Barometer auf einen Wert von irgendwo bei 30, was ganz klar so Bitcoin-Season ist, 30 von 100. Mittlerweile schwanken wir so ein bisschen, aber wir sind da im 70er-Bereich, beziehungsweise 78 von 100 und damit tatsächlich sehr nah an dem Beginn einer All-Season. So hoch wie zuletzt im März, beziehungsweise Januar dieses Jahres. Und trotz der krassen Kurssprünge und Pumps, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, kann man also erstmal sagen, dass wir da wirklich erst am Anfang sind, was besonders krass war. Aber der All-Coin-Season-Index ist halt auch nur ein Sentiment-Indikator. Der wird tatsächlich so gemessen, dass wenn 75% der Top 50 Coins in den letzten 90 Tagen besser performen als Bitcoin, dann sprechen wir erstmal von einer All-Coin-Season. Aber er basiert jetzt nicht unbedingt auf, wie wir das jetzt vielleicht von Glassnode und so weiter kennen, On-Chain-Metriken oder tiefer gehenden Trading-Daten. Ja, wir haben ja den, also oder ich habe den All-Coin-Season-Index heute mehrmals im Blick gehabt und mir ist aufgefallen, ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr aktuell, was wir da sehen. Der ist dreimal in drei Stunden gesprungen. Um 10 Uhr war All-Season, um 11 Uhr war keine All-Season mehr, um 12 Uhr war wieder All-Season und ich glaube, jetzt ist wieder keine All-Season. Alleine sozusagen den All-Coin-Index zu betrachten, es kann, glaube ich, ein bisschen irreführend sein. Man braucht da mehr Indikatoren. Eine davon ist die Bitcoin-Dominanz. Ich meine, das hängt auch sehr stark miteinander zusammen. Die Bitcoin-Dominanz bezeichnet einfach nur, wenn man den Wert aller Kryptowährungen zusammennimmt. Wie viel Prozent davon geht auf Bitcoin zurück? Und auch hier sieht man schnell, dass es da schwierig wird, weil unterschiedliche Börsen und Plattformen unterschiedlich viele Kryptowährungen integriert haben. Also bei CoinGecko stand er bei 53 Prozent, bei CoinMarketCap stand er bei 56 Prozent, bei TradingView stand er bei 57 Prozent und dann ist aber bei mir immer wieder so, ja was denn jetzt? Ja, das kommt, wie du schon gesagt hast, komplett darauf an, welche Gesamtheit der Coins in diesen Index fließen, beziehungsweise was den Gesamtmarkt da abbilden soll. Letztlich, also zum Beispiel bei CoinGecko oder bei CoinMarketCap sind deutlich mehr Coins aufgeführt als bei den Quellen, die TradingView jetzt beispielsweise nutzt. Aber der Chart gibt trotzdem die Richtung des Marktes vor, wie er auch aktuell gut zeigt. Denn die Dominance ist in den letzten zwei Wochen tatsächlich stark gefallen, so stark wie zuletzt 2022 und hat den Altcoins damit ordentlich Luft verschafft, das muss man sagen. Also ich glaube, er ist irgendwie um 7,7 Prozent oder so gesunken und deutet damit erstmal schon auf einen kleinen Richtungswechsel an. Wenn wir uns das Ganze historisch aber angucken, dann sehen wir, dass hier auch noch deutlich mehr Luft nach unten auch ist. Also so vergangene Altcoin-Seasons hatten irgendwo zwischen 35 und 50 Prozent Bitcoin-Dominance gesehen. Eher so im unteren Bereich, also so 35 bis 40 muss ich dazu sagen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass eine Altcoin-Season sich an den historischen Werten orientiert, dann wäre hier auf jeden Fall noch mit einem stärkeren Rückgang der Bitcoin-Dominance zu rechnen und demnach halt auch mit stärker steigenden Kursen noch am Altcoin-Sektor, beziehungsweise relativ stärker steigenden Kursen. Außerdem interessant fand ich den ETH-BTC-Chart. Da hat ein Analyst auf Twitter, Benjamin Cowan von IntoTheCryptoverse, darauf hingewiesen, dass Ethereum, das ja historisch irgendwie auch ein Frühindikator für die Altcoin-Season ist, als größter Altcoin am Markt, ist, dass der ETH-BTC-Chart vor allem im Dezember häufig dazu neigt, sich umzukehren und wieder Stärke zu zeigen. Wir wissen, in diesem Jahr war der ETH-BTC-Chart komplett dahin, also ging nur bergab. Wenn sich jetzt alte Muster wiederholen, dann kann es tatsächlich sein, dass Ethereum das nächste Jahr stark beginnt, beziehungsweise das dieses Jahr noch stark abschließt im Dezember, so wie zuletzt auch 2020 oder 2019, 2017 auch gut zu sehen, 2016 auch. Und insbesondere, wenn wir von dieser Krypto-Zyklik, also diesem Vier-Jahres-Zyklus sprechen, ne, 2016, 2020, das waren die besonders starken Jahre von ETH-BTC und die haben dann auch entsprechend diese Altcoin-Season eingeläutet und ja, sind jetzt wieder vier Jahre später, Dezember 2024. Bleibt abzuwarten, wie es in diesem Monat ausschaut, aber wir könnten auch hier mit einer Trendwende rechnen. Ethereum hat sich ja schon, wir haben es eingangs erwähnt, stark gezeigt. Und wenn sich dieser Trend dann auch weiter fortsetzt, suggeriert er auch noch weitere Kursgewinne. Wir gucken dazu nochmal kurz auch auf den Total-3-Chart. Wir sehen nämlich, dass die Gesamtheit der Altcoins, du hast es auch vorhin schon angesprochen, in den letzten vier Wochen bereits mehr als 70% zugelegt haben und jetzt wieder nah ihres Allzeithoches bei 1,13 Billionen US-Dollar stehen. Wir sind mittlerweile wieder unter die One-Trillion-Marke gerutscht, also die eine Billion. Gibt da eine kleine Konsolidierung auf jeden Fall, aber wir sind jetzt sehr nah an diesem All-Time-High. Und geht man jetzt davon aus, dass der Bullenmarkt noch bevorsteht und wir den eben genannten Faktoren zufolge erst am Beginn dieses Altcoin-Runs stehen, dann würde ich ja auch davon ausgehen, dass dieser Chart noch weiteres Wachstum nach oben zeigt und gen Norden schießt. Und interessant finde ich hier tatsächlich, dass in den letzten vier Wochen dieser Aufwärtsbewegung, die wir schon gesehen haben, die Funding-Raten an den führenden Exchanges relativ milde sind, also relativ kühl geblieben sind und für die meisten Alls auch noch relativ niedrig. Das ist immer gut zu sehen an dieser Funding-Rate-Heap-Map. Wenn da die Coins überhitzt sind, dann zeigt er da immer gelb oder orange an. Sehr kühl wäre dann so ein dunkles Blau und eigentlich so über die komplette Palette sind wir hier bei einem relativ normalen Grünen für die Märkte. Es heizt sich schon ein bisschen auf, kann man sagen, aber das ist längst nicht vergleichbar mit den überhitzten Phasen, die ich aus richtigen Altcoin-Seasons und Altcoin-Rallys kenne. Es kann natürlich sein, dass eine Korrektur eintritt, aber das wäre für mich jetzt noch nicht so das Signal, dass wir hier richtig an einem Altcoin-Top angekommen sind. Und ja, wie gesagt, es ist möglich, dass sie entsprechend konsolidieren, wie schon heute Morgen leicht in den Kursen erkennbar war, zumindest bei einigen Altcoins. Aber weiteres Aufwärtspotenzial ist für viele Alls auf jeden Fall noch gegeben. Und ich glaube, für viele Anleger ist es auch immer der Fall, dass es so ein bisschen an der Intuition für wirklich parabolisches Wachstum mangelt. Das ist immer schwer vorstellbar, wie wirklich diese Kurve, wie wir sie jetzt auch bei Ripple gesehen haben, aber wie schnell es gehen kann und auch wie weit und wie lange sowas andauern kann, wenn wir zurück an den Altcoin-Season-Index denken. Wenn er wirklich seine Spitzen erreicht, das kann tatsächlich über mehrere Wochen und Monate dann auch noch anhalten. Und du hast ja auch ein paar historische Daten zusammengestellt, die genau das verdeutlichen. Ja, ich habe mir einfach nochmal die Altseason 2021 angeschaut und die startet mehr oder weniger im März 2020 langsam. Also wenn man sich das da anguckt, ist die Marktkapitalisierung aller Altcoins 38 Milliarden US-Dollar und ungefähr 18 Monate später beträgt sie rund eine Billion US-Dollar. Das ist ein Anstieg von fast 3000 Prozent, also 30x. Und wenn man jetzt sich den Altcoin-Season-Index anschaut, dann sieht man in dem Zeitraum eigentlich keine gerade Linie. Also im März ist es einmal drüber, dann wieder drunter, dann wieder drüber, ein Auf und Ab, ein gewisses Zielglück. Und dann sehen wir ab März 2021 bis Juni 2021 durchgehend weit drüber. Und das sind die drei Monate Altcoin-Season, die in dem Bullenmarkt waren. Da habe ich mir mal ein paar Out- und Out-Performer angeschaut oder beliebte, sagen wir, Kryptos zu der Zeit. Also Lana ist in dem Zeitraum um 1500 Prozent gestiegen bis zum Crash im November 2021, auch über die Alt-Season hinaus. Ethereum ist 30, ach 30 Prozent, 300 Prozent gestiegen. Cardano hat schon ein bisschen früher angefangen zu pumpen, wie wir hier sehen, und ist um 780 Prozent gestiegen. Jota, ich war auch überrascht, hat auch ein bisschen früher angefangen und ging bis zum großen Crash um 500 Prozent. Und dann haben wir noch Terra Luna. Ich weiß nicht, ob allen die Geschichte noch bekannt ist, aber dieser Scam-Coin, der so krass gehypt wurde, der hat von Februar bis November, also auch vor und nach der Alt-Season, fing vorher an und ging länger um 1500 Prozent. Also es sind absurde, ja, absurde Peaks, die die da erreicht haben. Ein wichtiger Indikator damals, vielleicht jetzt ein bisschen unwichtiger, weil wir so viele institutionelle Investoren haben, war Retail, also Hype, Gier, Rückkehr. Man liest die Nachrichten über Bitcoin, neues Allzeithoch, und so ein bisschen die Laienlogik ist, okay, Bitcoin steht schon so hoch, aber was ist denn mit diesen ganzen komischen anderen Coins, die da drin sind, bei denen ist ja noch viel mehr Gewinn zu holen. Und ein Marker, um dieses Retail-Interesse zu messen, ist natürlich Google Trends, was auch steigt mittlerweile wieder, nachdem es lange auf echt sehr niedrigen Ständen war, aber vor allem auch die App-Downloads populärer Broker. Und da haben wir die Phantom Wallet von Solana, die zeitweise die zweitmeist gedownloadete App in den Apple Stores in den USA war. Die sieht man jetzt hier nicht, weil das die Deutschen sind. Aber Coinbase zum Beispiel auch Platz 8 in den USA belegt und sogar Platz 2 auf den Finanz-Apps. Und man sieht die hier auch sogar im deutschen Markt. Man sieht da Bitpanda und da Coinbase. Bitpanda, glaube ich, auf Platz 5 und Coinbase auch auf Platz 8. Und direkt danach Binance. Also, ja, das ganze Ding wird eigentlich mittlerweile von Kryptobörsen. Und Robinhood ist auch da, da wird ja auch Krypto getradet. Genau, man kann eigentlich sagen, sowohl in den USA als auch in Deutschland, Retail ist weg. Aber das interessante Phänomen ist, dass die neuen Coins, die es gibt, gar nicht so sehr pumpen, wie die ganzen Tino-Coins, haben wir gerade schon angesprochen, oder auch Meme-Coins. Und da wäre meine Frage, was ist deine Erklärung dafür? Ja, eine Erklärung, die ich gelesen habe, ist, oder das wurde auch natürlich von Stefan und Sven letzte Woche besprochen, die Tatsache, dass viele ihr Portfolio wieder reaktivieren. Sie kennen jetzt eben die Coins aus 2021, sehen, okay, das steigt wieder. Vielleicht habe ich ja hier auch nochmal eine Möglichkeit, dann auch rauszukommen. Aber es gibt halt auch diese andere Perspektive, die ich auch häufig bei CryptoX, Twitter, wie auch immer lese, nämlich, dass es irgendwie auch klar war, dass Retailer jetzt nicht in den Space dringen und die Coins der Crypto-Natives kaufen, die jetzt quasi darauf warten, dass Retailer kommen und dass sie ihre Coins auf die abladen können, sondern die kaufen halt eben genau das, was sie kennen und sie kaufen halt so ein bisschen auch nach Meme-Value, also ein bisschen wie Meme-Coins traden. Denn viele der neuen Coins zum Beispiel, die haben relativ schlechte Tokenomics, Tokenomics, die darauf aus sind, erstmal starkes Wachstum zu gewährleisten, diese VC-Coins, über die wir auch viel dieses Jahr gesprochen haben, aber wo dann massive Token-Unlocks dazu führen, dass die Bestände der Hodler letztendlich verwässert werden über einen relativ langen Zeitraum, während die Tokenomics vieler dieser 2021-Coins, also Polkadot, Cardano und so weiter, die sehen tatsächlich sehr gut aus. Da gab es die meisten Unlocks schon bereits und genau dieses selbe Prinzip haben wir auch bei den Meme-Coins gesehen. Die Leute wollten halt einfach dieses Prinzip, what you see is what you get. Also wenn ich eine Coin kaufe mit einer gewissen Marktkapitalisierung, dann weiß ich auch, dass die prinzipiell so bleibt in ihrem verwässerten Zustand. Also dieses Fully Diluted Valuation entspricht der aktuellen Marktkapitalisierung. Das heißt, jegliche Investments, die auch reingetan werden, sorgen dafür, dass der Kurs dann auch organisch steigt und dass ich nicht irgendwie durch massive Token-Unlocks verwässert werde. Und das könnte für viele tatsächlich auch ein Grund sein zu sagen, nee, ich investiere lieber in die Coins, die ich 2021 gesehen habe. Ich habe mich sowieso die letzten Jahre nicht mit dem Crypto-Space beschäftigt, seit FTX, um jetzt irgendwie mich mit dem neuen, weiß ich nicht, Layer-One-Coin-Sei oder wie auch immer, oder Sui zu beschäftigen. Dann kaufe ich lieber Cardano oder Polkadot. Und es gibt ja jetzt auch so ein bisschen, ja, so Prognosen, wie lange denn der Alt-Coin-Dominanz oder die Alt-Coin-Season gehen könnte dieses Mal. Ich habe jetzt gelesen, also eine Alt-Coin-Stärke ist erst seit zwei Wochen zu beobachten. Und wenn der Markt sich ähnlich verhält wie 2021, worüber wir gerade geredet haben, könnte die Alt-Coin-Season noch bis März 2025 dauern. Was ist da deine Einschätzung? Unter den wichtigen Gegebenheiten auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich neulich eine sehr interessante Analyse vom Crypto-Quant-CEO, das ist diese Analyse-Plattform gesehen. Und er sagt tatsächlich, dass diese Alt-Coin-Rallye, wie wir sie aktuell sehen, gar nicht der typischen Rotation aus Bitcoin folgt, die wir erkennen. Es gibt richtig, glaube ich, auch diesen Chart, der zeigt halt oben Bitcoin, dann die Rotation zu Ethereum, dann die Rotation zu Low-Cap, Mid-Cap, Alt-Coins, wie auch immer. Und der Crypto-Quant-Analyst, der hat sich jetzt tatsächlich die Zuflüsse bei Fiat und Stable-Coins angeguckt, auch die Pair-Trades, also das Pair-Trading-Volumen für Bitcoin und Alts und Stables und Alts. Und da sieht man halt ganz stark, dass beim Pair-Trading für Bitcoin und Alt-Coins, was ja diese Rotation darstellen würde von Bitcoin zu einem gewissen Alt-Coin, da ist das Handelsvolumen sehr, sehr gering, während es bei den Stable-Coins zu Alt-Coins sehr, sehr hoch ist. Hier fließen also keine wirklichen Gains aus Bitcoin und Alt-Coins, sondern eben, und das sagt er halt auch, direkte Käufe, entweder mit neuem Fiat-Geld, also ich überweise meine Kohle an Coinbase und zahle sie halt auch ein, also beziehungsweise kaufe dann meine Coins damit, oder eben aus bestehenden Stable-Coin-Reserven, die dann vielleicht dann auch an der Seitenlinie liegen hatte, die sich Trader vielleicht über die Jahre aufgebaut haben, etc. und seine Zusammenfassung des Ganzen ist halt, dass der Alt-Coin-Season jetzt stärker durch die tatsächliche Stable-Coin-Liquidität oder halt Fiat-Geld-Liquidität getrieben ist als zuvor, weniger von der Bitcoin-Liquidität oder der Bitcoin-Votation. Das würde natürlich dann auch suggerieren, dass beide zeitgleich ansteigen können, je nachdem, wie viel Geld eben in den Cryptospace fließt. Tatsächlich haben wir aber auch gesehen, dass die Stable-Coin-Marktkapitalisierung in den letzten Monaten krass angestiegen ist, seit Beginn des Jahres eigentlich, aber vor allem zum Mitte, Ende des Jahres nochmal massiv angestiegen ist mit dem Bitcoin-Pump, den wir auch gesehen haben. Und ja, das deutet ja erstmal darauf, dass auch das Stable-Coin-Volumen, also das Geld, was auch in die Alt-Coin-Märkte gegeben werden könnte, weiter wächst. Wir haben da jetzt jüngst 200 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung für die Stable-Coins überboten, je nachdem, bei welchem Anbieter man dann auch wieder schaut, ob jetzt zum Beispiel bei CoinGecko oder wie in unserem Fall DeFi-Lama. Aber wir sind da so ziemlich in dem Dreh und ja, das ist ein neues Allzeithoch für Stable-Coins und wir können auch erstmal damit rechnen, dass weiter das Geld oder die Liquidität in die Cryptospace fließt. Wir haben da zum einen ja noch die große Rückzahlung von den FTX-Gläubigen, das heißt, die FTX-Gläubiger, die warten ja noch quasi darauf, dass ihr Geld ausgezahlt wird. Das wird in Stable-Coins ausgezahlt, anders als, das hatten wir ja Mitte des Jahres Mount Gox, wo man ja Bitcoin bekommen hat und dann die Gefahr groß war, dass die Bitcoins abgestoßen werden und dann zu einem Crash führen, was sich ja so halb materialisiert hat, wenn überhaupt. Hier bekommen sie das halt Cash in Hand sozusagen und das spricht halt auch dafür, dass sie es dann wieder in die Alt-Coin-Märkte geben werden. Da gab es auch zum Beginn des Oktobers Analysen, die auch wirklich gezeigt haben, was würden die einzelnen FTX-Anleger machen und viele davon sind halt eben sehr Alt-Coin-affin. Das war traditionell auf FTX so und ja, das überschneidet sich auch ziemlich gut mit dem, was du gerade meintest, März 25. Ich meine, das könnte bis März 25 gehen. Ich glaube, die FTX-Druckzahlung, die sollen so auch im ersten Quartal 25 anlaufen. Und ja, also wenn das Stablecoin-Wachstum in den kommenden Wochen weiter zunimmt, wäre aber entsprechend möglich, dass die Gelder auch weiterhin in den Alt-Coin-Sektor gegeben werden. Wichtig ist dabei natürlich generell auch über dem Stablecoin-Sektor stehend die Makrolage in puncto Liquidität. Also hier sprechen wir wieder von den ganz traditionellen Indikatoren. Geldmenge M2 beispielsweise müsste weiter zunehmen, um auch über die nächsten Monate hinaus Wachstum beim Alt-Coin-Markt zu gewährleisten. Und das M2-Geldmengen-Wachstum, das ist ja bekanntlich abhängig von den Aktivitäten von Regierungen, Notenbanken und eben auch den Tread-File-Märkten. Damit sind wir ja auch bei unserem Ausblick schon, nämlich die makroökonomischen Ereignisse, die diese Woche wichtig sind. Welche Events sollten wir denn unbedingt in den kommenden sieben Tagen im Blick behalten, Johannes? Ja, die Woche, laut Stephans Analyse auch, wird geprägt sein vor den US-Arbeitsmarktdaten. Die stehen sehr stark im Fokus. Zum einen haben wir da den JOLTS-Report, der am Dienstag kommt. Der zeigt im Grunde die offenen Stellen im Arbeitsmarkt und der war zuletzt auch schwächer als erwartet. Wenn das auch wieder eintreten sollte, dann dürfte es auch schlechte Folgen für die Aktienmärkte. Und wir haben die Korrelation am Anfang der Folge besprochen, auch entsprechend für die Kriptomärkte geben. Die Schätzung hier bei dem aktuellen JOLTS-Report, also dem jetzt kommenden am Dienstag, ist, dass 7,4 Millionen neue Stellen in den USA geschaffen werden. Am Mittwoch dann der ISM-Dienstleistungs- und Einkaufsmanagerindex, der lag bisher tatsächlich immer über den Erwartungen in diesem Jahr. Auch der hat mit dem, er zeigt ja quasi den Stand im Dienstleistungssektor in den USA, einen positiven oder legitiven Einfluss auf die Aktien und Kryptomärkte. Und hier rechnen Experten jetzt tatsächlich mit einem leichten Rückgang von 56 auf 55,5. Wenn dieser Indikator tatsächlich weiter unterboten werden sollte, wäre das dann entsprechend ein Zeichen für schwächer werdendes Sentiment im Dienstleistungssektor und würde demnach auch zu Verkäufen im Aktienmarkt führen. Andersherum, wenn der Indikator, wie jetzt auch im letzten Trend zu sehen war, stärker als erwartet veröffentlicht wird, wie auch immer, dann würde das die Rallye entsprechend weiter befeuern. Aber am wichtigsten sind tatsächlich meiner Meinung nach die Arbeitslosen-Daten am Freitag, vor allem auch die Arbeitslosenquote. Die letzten Beschäftigungszahlen in den USA, die waren tatsächlich ziemlich schlecht mit minus 28.000 neuen Stellen. Und da hatte man tatsächlich mit 90.000 gerechnet. Also es war echt eine katastrophale Zahl. Es hat jetzt vielleicht verschiedene Gründe gehabt. Jetzt rechnet man tatsächlich mit 160.000. Und ja, also das wird spannend zu sehen sein, ob wir dann tatsächlich so stark steigern von minus 28.000 auf 160.000. Dann aber am wichtigsten auch noch die Arbeitslosenquote in den USA. Und hier rechnen wir mit einem Anstieg von 4,1 auf 4,2 Prozent, glaube ich, müssten es eigentlich sein. Und auch hier ist das Regime relativ klar. Also stärker steigende Arbeitslosenquote würde einfach auch bedeuten, dass es der US-Wirtschaft nicht mehr so gut geht, wie vielleicht erhofft. Dieses Soft-Landing nicht erzielt werden könnte von den Notenbanken. Und entsprechend negativ würden die Märkte dann auch reagieren. Wir wissen ja auch, dass die Fed jetzt vermehrt auf die Arbeitslosenquote statt auf die Inflationsdaten schaut. Entgegengesetzt dem zeigen sich die Märkte, die Märkte sage ich schon, die Arbeitsmärkte, also die Arbeitslosenquote stärker als erwartet. Wäre das entsprechend ein Zeichen für Robustheit und würde der Fed dann auch mehr Platz für Lockerungen ihrer Geldpolitik geben. Und da sind wir dann wieder bei der Geldmenge beziehungsweise der Liquidität einmal das Absenken der Zinsen würde weitergehen, was historisch immer gut war für die Old Coins. Aber auch, und da warten gerade sehr viele Anleger darauf, wann die Fed wieder aktiv damit beginnt, die Geldmenge auch auszuweiten. Also die M2 ist ja die globale Geldmenge, die wir vorhin angesprochen haben. Die ist auf jeden Fall ausgeweitet, aber die USA waren auch relativ zurückgehalten. Die befinden sich gerade in einem Tapering-Regime. Und da warten jetzt auch viele darauf, dass sie dieses Regime halt irgendwie auch beenden. Und hier dürften insbesondere Aussagen von dem Fed-Notenbank-Chef Jay Powell am Mittwoch entscheidend sein. Und der könnte nämlich mit seinen Aussagen dann auch entsprechende Hinweise darauf geben, wie seine Aussichten zu der eben benannten Liquidität, zu der Geldpolitik sind. Und dürfte dementsprechend auch vielen Altcoin-Investoren die entsprechenden Hinweise darauf geben, wie es mit der Altseason und generell im Kryptomarkt weitergeht. Top. Vielen Dank für deine Einschätzung. Damit sind wir dann auch durch für diese Woche. Eine Sache noch, bevor wir uns verabschieden. Alle laufenden Entwicklungen haben wir neben dem Invest-Podcast natürlich auch noch auf unserer App beziehungsweise auf der Webseite im Blick. Ich kann euch dabei nur ein BTC Echo Plus Abo ans Herz legen, um noch tiefer in die Materie einsteigen zu können und zum Beispiel Stefans Kurs und Finanzmarktanalysen lesen zu können. Ansonsten danken wir wie immer fürs Einschalten und hoffen, dass ihr nun bestmöglich durch die kommende Woche kommt. Einen guten Start euch allen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.